moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen video. heute gibt es mal wieder eine folge boystars. es kam jetzt lange kein video mehr, aber ich hatte auch die krone dazu. aber ja in dem video wollte ich colette abholen. ich bin gerade eben level 30 geworden. ich habe auch vor kurzem spike gezogen und habe ihn schon auf 1.18. ich brauche nur vier trophäne habe ich 19.500 trophäen. die werde ich dann einfach mit colette kurz pushen. ja und dann würde ich jetzt die boxen öffnen und colette noch holen. ja dann fange ich jetzt auch direkt an. ich kann auch direkt mal seinen kleinen trick zeigen. nämlich irgendwie ich habe spike mit dem crater korte gezogen. den habe ich drei mal eingegeben. und da habe ich den bekommen und ein paar wollen von mir haben auch krasse sachen gezogen. aber ich glaube das mache ich jetzt nicht, weil es dauert zu lange. ich finde es auch gut, dass ich jetzt noch ein paar power punkte für spike bekomme. ich hole mir jetzt erstmal colette ab, damit ich auch noch ein paar power punkte für die bekomme. so nice colette ist am start. jetzt fehlt mir noch ein brawler, nämlich sandy. erstmal hier ein paar geiler brawler. dann für beide ein paar power punkte. oh und ich ziehe sogar was. und die star power für bowl. das ist natürlich auch ganz nice. so dann für spike ein paar power punkte. und die megabox hier auch noch für beide fett power punkte nochmal bekommen. dann grade ich die beide erstmal schön ab. hier kolette auch. nice. erst mal direkt auf power 3. und dann werde ich jetzt auch direkt mit der, äh, kurz noch eine runde spielen, damit ich viel trophäen bekomme. äh, okay. ist okay die star power auf jeden fall. ähm, und ich pushe shelly auch noch auf 750. ich hatte die schon auf, äh, 720. aber dann war leider die, äh, season zu ende. und dann wurde die auf 650, äh, gepusht. deswegen werde ich die jetzt auch noch auf 750 wieder pushen. äh, kein boss count, sondern nur mal ein solo. äh, also ich weiß ungefähr, wie halt Kolette ist. die macht ja, ähm, immer weniger Schaden, so weniger, äh, Leben der Gegner hat. ja, okay, äh, ich find's halt ein bisschen schade, weil, ähm, das mit dem Schaden find ich nicht so gut, weil die macht dann richtig wenig Schaden am Ende. ich muss mich erst mal mit der eingewöhnen. ah. man sieht auf jeden Fall, dass die Gegner lost sind. scheiße. ja, gut. äh. ach man, ich hab nicht drauf, auf mein Leben geachtet. okay, erstmal vier Trophäen bekommen. genau, vier Trophäen. jetzt hab ich 19.500 Trophäen. und dann bekomme ich hier auch nochmal Powerpunkte. ähm, soll ich noch irgendwen upgraden? äh, Powerlevel. nee, ich glaub nicht, nehm ich lieber noch Spike und Kolette. ja, okay, ich bin noch eine Runde gekommen. ein Sieg. möchte ich hören. let's go. okay, was? okay, was? schon mal ein Powercube? ach komm. aber der Schuss ist richtig schnell. ach, scheiße. ich will lieber Abstand halten. ich will hier kein Virus hier bekommen. 1,5 Meter Abstand machen. jetzt kämen die wir alle einfach angeblich. ach, und da ist auch schon, äh, Jackie. das ist ein Loob. äh. 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 alles klar. ich lasse einfach keinen von bot. also war nicht so schwer. ich muss auf jeden fall auch ein bisschen mit Kolette üben. so. 19.500 Trophäen. äh. äh. kollation. auffrage 2. ja, das ist auf jeden fall mit dem Video. lasst auf jeden fall ein Like und ein Abo da. äh. bald kommen auch wieder, äh, bald kommen auch wieder, äh, mehr Videos im Herbst rein. werde ich auf jeden fall wieder richtig loslegen auch. ja, und dann sag ich mal ciao, ciao. しゃ baitству. beazering. pein. kal.